ja herr willkommen mein name ist dann ihre lp und spielgrüß euch zurück zu let's play dance of bass area erinnern zur folge sind wir zur katz corner gegangen weil einfach so mal ne und ja jetzt sind wir hier in abal und hier war noch ein ausrufezeichen dass irgendwie aus klin entdeckt habe aber noch nicht abgesucht habe deswegen lass mal dahin gehen weil da waren wir noch nicht und wir müssen alle sachen ja natürlich abpacken ausgültig ist jetzt nichts passiert über das mal und ja gucken wir mal hier ist da da no da jali jero so terryka姉さんってなぜか da jareが好きだったの他にも 犬に吠えられて心臓がどっくどっくしちゃう ah それはうまいやいやなかなか重症者 私はおじさんみたいだからやめてっていつもお姉ちゃん 怒ったけど 今思うと そういうことが楽しかった お姉ちゃんのおかげで 毎日明るく過ごせてたんだって 気づいたのよ そうなんだ ちょっとマギルートに出る気がするね ふーん ダジャレ者扱いには反論したいが ユーモアとウィットを兼ね備えた ムードメーカーという意味では そうかもの あ ごるべっとや お主がわしにあねのおもかげを重ねても 止めわせぬ なんなら マギルお姉ちゃん ただよかったよ ああ あ メーよきそんで 訴えるわよ なんでしょ 魔女さんが反対に まったか あんたは おはかではかなさを感じる もないのね よっ よっ だけ das war schon gut guck mal guck mal guck mal ich dachte man schwein jetzt ob jetzt hier an diesen abhangen noch irgendwas ist wo das unaussprechliche passiert ist und ja dann können wir mal gucken ob wir so gesagt inselsterraus gehen können da ist sogar tatsächlich was macht es nur noch besser wieder hoch okay ich dachte ich oft genügend gemacht gemacht hätte oder so umgestellt hätte aber trotzdem können wir zum ort des verbrechens zurück weil es hat da stimmt er auf der abkürzung stirbt was haben wir denn da zeigt mal ob es der boss ultimative waffe sie verstummt ja warum muss ich auch recht von der seite ja Ah, der Herr Hitton und Melchior haben noch lange die Kano-Nusik genannt. Aber es war so, dass sie so. Es ist nicht so, dass es. Und das ist, dass diese Art von den Kano-Nusik in den Kano-Nusik genannt wurde. Das ist ein Kano-Nusik, oder? Ich glaube, das ist ein Kano-Nusik, dass es so, die Kano-Nusik genannt wurde. Ja. okay gehört weiter ich möchte nur gucken ja wo komme ich jetzt zur dinge zinseln wie sollte man sich ok sollte dann schau mal was wir schauen ja würde ich auch noch übernachten in den medizinstudenten von riesen max ja zu begegnen das kann aber warum ob die mich jetzt hier so weit konnte ich nicht direkt am hafen irgendwie spawnen dann fahren wir eben den ganzen weg da eben nicht so als würde ich irgendwie zeit meiner zuschauer aber anspruch nur so dabei ist ja nicht weiter ist ja nur noch hier 2 1 0 gut aber insel ist heraus hat klingt doch sowas von nach spaß für die ganze familie hi ich habe nicht mehr dass du nicht mehr als das kannst du sie sich taio zu richtig dass wir sie sich die noch hochkogte ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube dass ich bin glaube ich denke ich glaube ich bin dann ich glaube ich glaube ich bin nicht damit habe ich werde schon ich bin so schlecht ich habe immer zweck klamotten gegeben sieht irgendwie sehr vertraut aus dieser sonnenbrille weil ich speichere mal habe ich ich habe gespeichert gut ja auf zwei verschiedenen nieder speichern mit ja nichts schief geht oder so stimmt ich habe noch nicht gesehen wie die männer aussehen ich meine mädel steuern ja gott sag mal es ist ja auch so kann ja nur Was? Was ist los mit euch? Womandet ihr euch in Normans? Roku kann überhaupt nichts mehr sehen. Der Horror. Magelow wusste davon, oder? Gerade ist vollständig. Was? Was? Was ist das? Wir haben sichergestellt, dass wir über die Welt der Midd-Gand-O-Konferen haben. Aber... Ich glaube, dass die Welt ein anderes Land ist. Ich glaube, dass die Begriffe noch nicht wissen, dass die Begriffe noch nicht wissen. Oh, das stimmt. Ich habe keine Anfragen. Ich habe mich nicht so, dass ich mich für die Heilige Geist bin. Ich glaube, es ist nicht so, dass ich mich nicht so wissen. kann ich nicht ich kann ich 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 Was Foresheddering? da ist eine gute einstellung dieses geräusch war noch den boden tritt ein disaster ein schreckliches schreckliches disaster und was so ok da kommt man irgendwie ich bringe die sponge bocke weil sie auf dem mini spiel ich bin also heiß auf den königste zeichnung ist was wir schmeckt ja wenn wir die einfach ein paar punkte und kratzkorna irgendwie sachen einzutauschen dieses andere spiel nicht jetzt hat einfach nur irgendwie punkte zu bekommen ich will die winterkleidung haben wir mal die wintermütze jetzt nicht ein ding jetzt will ich natürlich bin ich will an wenn ich jetzt schon werde ich wieder gerade gesehen wo war sie kann ich mal die lc sein muss irgendwie ihr seien na komm komm warum ist da nein warum haben keine weihnachtsklamotten muss epic center wieder kreieren jetzt mal mal erst bei tels auf exil jahr zwei noch nicht sein ich muss ja in jedem spiel hier kreieren können warum ist nichts oder hier ist eine katztruhe wo was ist eine menge wenn eine minute und warum so weit phoenix meint der boss aus tels ist tier noch mehr anspielungen das sind alles die normans aus dingens münd die fans sind wir alles die normans aus dingens ist ich habe aufpassen soll man sie sagen ich sorgt für das anstrengende system ja wir sind das hat alles zu der aufteilung geführt die alle durchgemacht haben und weswegen wir die alle suchen mussten kann tipp dazu was macht der katze ja ja will ich ich muss das ding finden ne okay wir sind geobaut finden nehme ich an point 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 ja irgendwie darunter da irgendwie ironisch mit etwas oder hier die normen insel um laufe das ist ein argument das ist ein anna ist anna ist anna ist anna ist was ich jetzt gar nichts morg fönix ist ja also der normen der richtung noch schwingen so doof wo sei silber das war aber diese spannende ist doch irgendwie geschaffen von geoport dass man irgendwie ein rennen machen wir irgendwie so weit so aber ja das phoenix und ich habe schon von normen jenes geschaffen der ersten von sich hinaus in die welt warte meine legende und habe sowohl den ersten sieg für als auch den großmaler brunelt brunelt kommt mir da war nicht immer mit leila von test ist hier ja okay kann man nicht unterrutschen also automatisch mystisches ei kann man auch noch in geobort so bestimmt irgendwie so ein rennen machen oder so ne warum zeigt mir gewährt geobort verdammt da ist der kleiner leck sogar wie eisen darauf steht dann kann man das hier noch so gibt warte ja man muss ja machen ok minzen dabei nehme ich an 315 o gott ok solange hat nur so ein gerader weg ist habe ich nichts dagegen ja das war schon wieder sehr toll ich darf doch wahrscheinlich keinen einzigen fehler ja mache dreck ich wollte mich ja schon mal ich bin genau in der mitte müssen ich auf nahmen bringt das was aber nicht ein breiteres geobacht nehme ich habe sogar zum fuß irgendwie der bessere chance es ist ein bisschen lineare ja deswegen sorgt für das besser schauen ich freue mich ja schon mit dem vollwert hier oben aussieht aber okay riesige torte aus schon nach weiter ich hoffe vor junger schon mehr als versaut hier aber ich bin nicht mehr an der hand dran zu schaffen warum schafft leute er ist viel zu empfindlich datei hat die letzten hat sie bestimmt die letzten leider waren die letzten absorgte für teufels schwanz möchte alle haben also kurz davor zu schaffen schon einen richtigen ansatz gehabt habe ich auch für mal schauen und so viele fehler machen wenn es geht aber gut habe ich so gefühl war nicht gut leidmann wir sind doch extra dafür da um das zu ruinieren aber gut aber schlecht leidmann leidmann haben wir welche hallo sind hier noch welche nein und vielmehr noch welche jetzt nicht ich war sogar richtig gut mit dem dinge ja vielleicht war sie haben so drei stück gefehlt haben die mir gefehlt stehen ich ich werde richtig gut mit dem teil so hochsensibel weiß ich habe einen verpasst aber ich muss zurück ja wie soll ich so was sehen hallo danke daumen sind welche wat so viel mehr da oben schon wieder welche wo sind da welche ich mich auf wo da war ich hier wiederum brenne da mein gott die extra da runterspringen wir sind von der firma erlaube scheiße wo ich mal ein fehler nach dem anderen weil ich darf mir keinen einzigen fehler hier glaube ich leisten er kann schon vergessen ja wenn den restlichen partner dass wir noch ich weiß sehr sehr spannend aber okay ich mache das so lange bis jetzt hier schaffe diese eine in dieser anderen stadt hat schaffe ich nicht so kür junge also aber jetzt gab es jetzt noch schaffen würden wir sind sie musik mentor und geil wir sind sie musik mentor und geil man kann ich mal aufhören die immer zu verfehlen immer so rum oh mein gott ehrlich war auf damit auch damit fehler zu machen wie blöd kann ich mir nicht leisten ich darf keinen einzigen fehler hier machen oh mein gott ich werde hier noch schaffen es war seine ein versuch noch aber jetzt habe ich drauf los kommen ich fühle es niemals aufgeben darunter auch hätte ich gerne eingesammelt danke ich hab dir mal nicht verfehlt gut ich habe ihn merken ich denke ich so sensibel werden er und die zumindest nicht so schwer zu verfehlen werden gehört sogar halbwegs spaß machen ich bin mir die ganze zeit festgehen blöden jetzt habe ich noch nicht so viele fehler gemacht auf damit wir sind dann nur da um einen zu reinigen aber das jetzt nicht die letzten sind mein gott wo wir nicht auf den armen nehmen nein einer fehlen was zum teufel wo war der letzte vor dahinten will ich mich die krise hier werde ich glaube ich ein bisschen schneiden oder so mal schauen war ein einziger hat mir gefährdet wissen wir jetzt hier auf den arm nehmen aber gut dieses eine mist dinge danke 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 und ich bin ich leisten schon wieder einverfehlt ne wohl komm 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 keine zeitperson ist boah junger muss ich ja eigentlich alles verpassen im einblüben teil zurückfahren ja danke fand ich sehr gut wow sehr gut ich sehe überhaupt nichts oh mein gott ja das ist gut ich krieg nichts dafür ich krieg nichts dafür geil gut aber ich sage ich finde hat hier überhaupt ein speicherpunkt wo ich glaube nicht trägt jetzt schon wieder auf der männliche partie und wir sehen uns in der nächsten folge von let's play details auf der serie ja ich bleibe natürlich viel zu sagen sagt tschüss bis zur nächsten folge